Sehr herzlich gratuliere ich der Augsburger Allgemeine zu ihrem 75. Geburtstag. Ihre Artikel über den Themenkomplex Islam zeigen eine differenzierte Haltung und ausgewogene Behandlung, die eine gute Balance zwischen Ablehnung von Verurteilen und kritischer Auseinandersetzung mit Fehlverhalten einzelner Muslime aufweist. Damit leisten sie einen Beitrag gegen Islamfeindlichkeit und somit einen Beitrag für eine sachliche, vernünftige und klischeefreie Islamdebatte. Spätestens nach den Anschlägen in Hanau mit Toten wissen wir, dass Worte der Pauschalisierung und Kriminalisierung von bestimmten Volksgruppen früher oder später Daten folgen. Im Anschluss wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und allen erdenklichen Erfolg.